Ich begrüße euch ganz herzlich zum neunten Teil unserer Reihe Abfragen in SQL, wo wir uns mit dem Group By-Befehl beschäftigen werden. Wie immer an der Stelle der Hinweis, hier geht es zum vorherigen Teil, den ihr nicht gesehen haben müsst, aber es ist natürlich von Vorteil. Aber wir gucken uns auch alles nochmal von vorne an. Aber nun wieder zurück zu Hyper-EDV, wo es darum gehen soll, dass Lara erneut Daten aus der Datenbank auslesen soll. Und diesmal soll es konkret darum gehen, dass sie für alle Projektleiter und Projektleiterinnen das Gesamtbudget ermitteln soll, welches ihnen in den ganzen Projekten zur Verfügung stand. Und auch dafür gucken wir uns wieder unsere Tabellen als Ausgangssituation an. Also einerseits die Tabelle Projekt und andererseits die Tabelle Mitarbeiter, woraus wir unsere Daten jetzt irgendwie generieren müssen. Und das können wir, ihr könnt es euch denken, mit dem Group By-Befehl erreichen. Denn mit dem können wir verschiedene Gruppen bilden, wo die Werte aus den Spalten, die wir dafür auswählen, gleich sind. Klingt jetzt wieder recht formal, ist aber eigentlich ganz einfach. Denn wenn wir uns jetzt einmal die Tabelle Projekt anschauen, dann wollen wir logischerweise Gruppen bilden, wo die Projektleiter bzw. die Mitarbeiternummer gleich ist. Also bedeutet, wir fassen die Projekte mit der Projektnummer 123, 125, mit der 124 und 126 und mit der Projektnummer 127 zusammen, weil es sich hier jeweils um einen Projektleiter bzw. um eine Projektleiterin handelt. Und wie immer gucken wir uns zuerst das Statement an und dann schauen wir, wie das Ganze funktioniert. Und unser Statement, das sieht folgendermaßen aus. Wir beginnen jetzt erstmal mit dem hinteren Teil, denn dann wird es wahrscheinlich klarer. Ihr seht hier die Schlüsselwörter Group By und dann den Projektleiter. Und das bedeutet, wir fassen, wie wir das gerade gesehen haben, alle Datensätze, wo es sich um den gleichen Projektleiter oder die gleiche Projektleiterin handelt, zusammen. Also so wie wir es farblich unten sehen, die Datensätze mit der Projektnummer 123 und 125 werden zusammengefasst, weil sie eben den gleichen Projektleiter haben. Und gleiches gilt für die Projektnummer 124 und 126 und auch für das Projekt mit der Projektnummer 127. Wir haben also diese Datensätze zusammengefasst und dann haben wir mit diesen Daten gearbeitet. Und oben sehen wir dann, dass wir uns die Nummer des Projektleiters bzw. die Mitarbeiternummer ausgeben lassen. Das ist ja logisch, das funktioniert natürlich auch, aber wir können uns jetzt nicht die einzelnen Budgets ausgeben lassen. Denn wenn wir uns jetzt beispielsweise mal bei der Projektnummer 123 bzw. 125 anschauen, dass wir hier zwei verschiedene Budgets haben, also einmal 69.000 und einmal 89 Euro, wäre der Datenbank jetzt nicht klar, wenn wir jetzt noch das Budget ausgeben würden, welches der Budgets wir ausgeben sollen. Weil wir jetzt zwei verschiedene Budgets haben, also müssen wir eine Aggregatfunktion verwenden und hier benutzen wir SUM. Und mit SUM, da summieren wir dann die Werte auf. Also wir zählen hier beispielsweise die 69.000 Euro und die 89 Euro zusammen und kriegen dann das Gesamtbudget, welches der Patrick Müller zur Verfügung hatte. So, und ich würde sagen, jetzt füllen wir das Ganze einfach mal aus und dann erhalten wir das folgende Ergebnis. Ihr seht, der Projektleiter mit der Mitarbeiternummer 1 hat ein Gesamtvolumen von insgesamt 69.089 Euro. Und das kommt dadurch zustande, dass wir die Datensätze mit der Projektnummer 123 und 125 dann zusammengefasst haben und das Budget jeweils aufsummiert haben. Und damit das Ganze noch etwas schicker aussieht, machen wir jetzt noch ein Inner-Join mit der Tabelle Mitarbeiter und ganz wichtig, wir gruppieren jetzt nicht nur nach dem Projektleiter, sondern auch noch nach dem Namen und dem Vornamen, denn die wollen wir uns gleich noch ausgeben lassen. Also kurz gesagt, wir gruppieren jetzt alle Datensätze bei dem Join, wo der Projektleiter bzw. die Nummer des Projektleiters, der Name und der Vorname gleich ist. Und eine Anmerkung noch zum Verständnis. Logischerweise, wenn wir das nicht gruppieren würden und den Inner-Join durchführen würden, dann würden wir die normale Tabelle mit den Projekten ausgegeben kriegen und dahinter mit dem Namen und dem Vornamen der einzelnen Mitarbeiter. Das hatten wir im sechsten Teil besprochen. So, und wenn wir das Statement dann einmal ausführen lassen, dann haben wir das Ergebnis, was wir haben wollen. Wir sehen den Namen und den Vornamen der einzelnen Mitarbeiter und wir sehen das Gesamtbudget, welches die Mitarbeiter jeweils in den Projekten zur Verfügung hatten. So, ich hoffe, das Ganze ist klar geworden. Links kommt ihr zur Playlist, wo ich die kompletten SQL-Abfragen gesammelt habe. Und rechts kommt ihr zu meiner Playlist, wo ich etwas über relationale Datenbanken im Allgemeinen erzähle. Schaut da doch gerne mal vorbei und ansonsten bis zum nächsten Mal.